Männer und Kinder sind hier abgestorben. Wie viele sind es denn? Mindestens zehn. Nacheinander sind alle unter der Erde verschwunden. Die Ärzte haben versagt. Eine Fehldiagnose nach der anderen. Soll ich Dr. Lutz rufen? Und dann stand ich von heute auf morgen alleine da. Evala? Arsene. In der Pelzerstraße 37. Das ist so, als... Werden Sie das hier drunter schlucken? Herr Bürgermeister? Vergiftung? Sollte das Gericht das nicht mal gründlich untersuchen? Sobald der Aussichtsprotokollant eintrifft, schicken Sie ihn da rein. Ich bin Ihr neuer Protokollant. Sollte ein Fräulein wie Sie nicht lieber irgendwelche Handarbeiten berichten? Es scheint, dass die Mäusebotter nicht nur Ihr Geschäft belebst. Sondern auch meins. Wer hat Zugang zum Vorratsschrank? Unsere Märkte natürlich. Und Frau Gottfried. Hier sind Sie in Sicherheit. Das labile Gemüt des Weibes bedarf einer starken Führung durch den Mann. Ich bin der새. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Drei Mal. Vielen Dank.